unser heutiges thema frühling und sommer mit den jahreszeiten gesund leben und schlafen wir haben wieder ein interessantes thema das kann man sagen vor allem geht es bei uns auch um die traditionelle chinesische medizin weil da geht es um die naturheilkunde und da sagt man ja wenn man gesund lebt wenn man auf die ernährung schaut wenn man auf den lebensrhythmus schaut dann hat man einmal die grundlagen dass man eben auch mit gesundem schlaf dass man vor allem chronische krankheiten zum beispiel verhindern kann und so weiter und es besagt ein chinesisches sprichwort ja auch wenn man dementsprechend früh aufsteht und dementsprechend auch relativ früh ins bett geht dann bleibt man gesund und wenn man hier in der chinesischen medizin unter anderem darauf schaut dass man das einhält dann müsste man eigentlich gesund sein genau also die chinesische medizin beziehungsweise die philosophie der chinesischen medizin eignet sich eigentlich für ein ganzheitliches naturschlaf konzept sehr gut weil erstens ist diese traditionelle chinesische medizin über zehntausende jahre alt als eine erfahrungswissenschaft mit sehr vielen erfolgen und hat auch im westen einzug gehalten und das besondere ist eben auch der zusammenhang von makrokosmos und mikrokosmos das heißt die chinesen schließen von der natur vom makrokosmos auf den mikrokosmos und da spielt natürlich eben der schlaf eine ganz zentrale rolle grundsätzlich gilt dort man soll im einklang mit der natur leben und schlafen das ist ja auch etwas was wir immer wieder den menschen versuchen nahe zu bringen und wer diesen weg geht er hat natürlich sehr gute möglichkeiten seine lebensenergien entsprechend zu konservieren und auch zu steigern und das ist ja auch der sinn und wenn die chinesen sagen mit den hühnern ins bett mit den hühnern auf dann ist das natürlich auch im einklang im grunde genommen mit der schlafwissenschaft vor allem die lerchen die chronobiologischer so dicken dass sie früher ins bett gehen und früher aufstehen oder die kommen natürlich mit dieser philosophie sehr gut zurecht wir haben ja oft schon beiträge auch gemacht und darüber eben geredet wie man morgen besser aufstehen kann da gibt es ja viele tipps da kommen wir dann auch noch zum schlafsystem und so weiter aber was speziell bieten jetzt oder sagen die chinesen vielleicht auch anderes was man da machen kann ja genau also da gibt es dreienfache hauptregeln das erste ist eben zur gleichen zeit immer aufstehen das ist auch von der schlafwissenschaft her ein wichtiger punkt das aufstehen ist chronobiologisch gesehen eigentlich der wichtigere zeitpunkt als das zu bett gehen das heißt also das zu bett gehen kann man da und dort eher ein bisschen vernachlässigen aber die inneren uhren richten sich natürlich sehr auch nach der aufstehzeit deshalb ist das ein vorteil eben immer zur gleichen zeit aufzustehen dann empfehlen die chinesen traditionell am morgen gleich einmal gymnastik zu machen massagen zu machen um eben den organismus und die lebensenergie in schwung zu bringen und was sie auch empfehlen ist eben vor dem frühstück einen spaziergang zu machen am besten natürlich in der freien natur und die alle diese empfehlungen entsprechen auch den vorstellungen und den schlafhygieneregeln der schlafmedizin und der schlafwissenschaft jetzt kommt der sommer brauchen wir im sommer eigentlich weniger schlaf ja das wird natürlich seit jahren kontroverse versiell diskutiert in der wissenschaft also tatsache ist wenn man hier eine eine durchschnittliche menge annimmt dann schlafen wir tatsächlich im sommer etwas weniger aber man weiß nicht genau ob das wirklich mit den jahreszeiten zusammenhängt was allerdings klar ersichtlich ist ist der zusammenhang mit licht und das licht verändert sich logischerweise im sommer wir haben am abend länger licht und das führt natürlich auch dazu dass die menschen tendenziell etwas später ins bett gehen was eben wie erwähnt gerade jetzt im sommer kein großer nachteil ist und viele werden auch im sommer früher wach das ist vielleicht auch etwas was die menschen spüren und wenn man früher wach ist und dann nicht weiter schlafen kann dann soll man natürlich die zeit nutzen eben zum beispiel für einen spaziergang oder ein bisschen joggen einfach hinaus an die frische luft schauen tageslicht sonnenlicht tanken das ist sicherlich für den tag start sehr empfehlenswert wie ist das eigentlich man hat natürlich im sommer wahrscheinlich mehr energie die temperaturen werden natürlich wärmer im winter zieht das energie wenn es sehr kalt ist wenn man also unterschiedliche temperaturen jetzt hern im frühjahr sommer und eben gegenüber dem winter braucht es da wenn wir bei ausstattung sind eine andere bettausstattung ja natürlich es ist ja so das haben wir ja schon öfter besprochen während wir schlafen können wir selber ja grundsätzlich nichts machen dann schlafen wir deshalb müssen wir maßnahmen treffen die plus minus automatisch funktionieren und da geht es vor allem natürlich um die thermoregulation um die regulation auch von feuchtigkeit und so wie wir im sommer natürlich uns leichter begleiten ist es auch in der bettausstattung notwendig wir haben ja schon beiträge gemacht also was das bettklima anbelangt ist der wichtigste teil die bettzudecke das heißt etwa 80 prozent des bettklimas ist von der bettzudecke abhängig und da gibt es im sommer ganz spezielle wenn ich jetzt also so von samina ausgehe da gibt es einen sommernachtstraum der luftig weich ist und sehr leicht und den nicht dann sogar bei tropischen temperaturen kann ich diese zudecke verwenden alles biologisch aktiv mit scharfschuhwolle gefüllt 100 prozent natur und das ist eben das was wir in unserer philosophie propagieren sozusagen die weißheit und intelligenz der natur zu nutzen um eben den bestmöglichen schlaf zu produzieren jetzt haben wir aber in der chinesischen medizin was wir gehört haben am anfang vom beitrag da geht es vor allem um bewegung da geht es um massage da geht es dass man so gut in den tag hinein kommt wir reden aber wie hier zum einen natürlich über das schlafsystem und zum anderen über den schlafraum soll man eigentlich im frühjahr oder im sommer mit offenem fenster schlafen im winter ist das nicht immer zu empfehlen ja natürlich also das ist auch eine diskussion die immer wieder ein bisschen die gemüter erhitzt aber aus meiner erfahrung ist es relativ einfach die menschen spüren selber ob ihnen das guttut die chinesen die empfehlen das natürlich die sagen bei offenem fenster schlafen wobei natürlich ihre regeln sehr alt sind das heißt also regeln im sinne ihrer erfahrungswissenschaft da kann man auf einige jahrtausende zurückgreifen und der zwischenzeit hat sich natürlich sehr vieles verändert bei uns vor allem die umwelt und da muss man natürlich auch bedenken leute die zerpollen allergie haben oder leute die in der stadt wohnen wo abgase wo feinstaubbelastungen sind da ist es vielleicht unter umständen besser das fenster geschlossen zu halten aber leute die auf dem land wohnen die dort auch eine gute luft haben die auch keine beschwerden haben da kann es durchaus sinnvoll sein in der nacht das fenster aufzulassen und da ist halt einfach zu berücksichtigen grundsätzlich immer dafür sorgen dass kein durchzug entsteht der durchzug ist etwas was unser organismus gar nicht mag und auch den schlaf stört also auch schauen wenn das bett in unmittelbarer nähe des fensters ist dass wir vielleicht einen vorhang noch vor das fenster ziehen dass wir nicht direkt einen luftzug in unserem gesicht haben und grundsätzlich sage ich immer wenn sich jemand damit wohlfühlt und wenn er spürt dass ihm das gut tut wenn er am nächsten tag genug energie hat dann spricht gar nichts dagegen speziell im sommer und im frühjahr mit offenem fenster zu schlafen man muss natürlich immer auch berücksichtigen wir haben ein sehr wechselhaftes wetter also bei uns kann es natürlich auch im frühjahr und sommer relativ kalt sein und das sind dann so die dinge die man beachten sollte